Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur letzten Folge über unser Nachdenken über das Wesen des Menschen, die philosophische Anthropologie. Die vergangenen Ausführungen könnten bei Ihnen vielleicht so einen unangenehmen Beigeschmack hervorgerufen haben. Ich habe ja versucht dafür zu argumentieren, dass das gelungene Leben darin besteht, dass wir lieben, dass wir tiefe, persönliche, menschliche Beziehungen haben und dass wir tätig sind, dass wir etwas tun, was sinnvoll und was für andere Menschen wertvoll ist. Aber, so könnten Sie einwenden, das Leben besteht ja nun wahrlich nicht darin, dass unsere Beziehungen immer tiefer und tiefer werden, dass unser Leben immer mehr gelingt, dass unsere Arbeit immer sinnvoller wird, sondern im Gegenteil. Oft ist unsere Lebensrealität ja die, dass Beziehungen zerbrechen, dass wir aus der Arbeit fallen, dass Tätigkeiten sinnentleert werden. Wir müssen uns also mit dem Scheitern auseinandersetzen, denn unser Leben besteht nicht nur darin, dass Dinge gelingen, dass sie wunderschön sind, sondern ebenso darin, dass Dinge scheitern, dass sie zerbrechen. Und was heißt das für unsere Überlegungen zum gelungenen Leben und über das Wesen des Menschen? Bleibt als Alternative, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns erwünschen, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn Tätigkeiten nicht gelingen, dann bleibt als Alternative nur die Antwort, gut, dann ist unser Leben eben nicht gelungen, dann ist es gescheitert und dann müssen wir notwendig unzufrieden mit unserem Leben sein. Ich möchte damit beginnen, noch einmal eine wichtige begriffliche Differenzierung in die Erinnerung zu rufen. Wir haben ja Unterschieden zwischen dem gelebten Leben, was wir haben, und der Einstellung zum gelebten Leben. Nun, die Einstellung zum gelebten Leben, das haben wir, wenn das gelebte Leben ein gelungenes Leben ist, Zufriedenheit genannt. Wenn die Dinge in unserem Leben gelingen, dann sind wir mit diesem, mit zufrieden mit unserem Leben. Nun kann man zwischen, noch einmal unterscheiden, zwischen dem gelungenen Leben und dem geglückten Leben. Nicht dem glücklichen Leben, sondern dem geglückten Leben. Wir könnten sagen, damit unser Leben wirklich glückt und damit wir sagen können, unser Leben ist geglückt, gehört mehr dazu, als dass unser Leben nur gelungen ist. Dafür, ob unser Leben gelingt oder nicht gelingt, sind oft wir selber verantwortlich. Aber zum geglückten Leben muss noch mehr hinzukommen. So etwas wie ein glücklicher Zufall, dass ich mal die richtigen Menschen genau in der richtigen Situation treffe. Oder, dass ich in den Unsicherheiten, die schwierige Entscheidungen mit sich bringen, doch eine Entscheidung treffe, die sich dann im Nachhinein als die richtige herausgestellt hat. Wir Menschen können nicht machen, dass unser Leben glückt oder geglückt ist. Das liegt nicht in unserer Macht. Aber so können wir fragen, liegt es auch nicht in unserer Macht, dass unser Leben gelungen ist? Denn was ist, wenn Dinge passieren in unserem Leben, die wir uns so nicht gewünscht haben? Müssen wir dann notgedrungen unzufrieden mit unserem Leben sein? Eine Art der Erklärung ergibt sich aus dem, was wir im zweiten Kapitel über das gute Leben gesagt haben. Wir haben gesagt, ein Leben ist dann gut, wenn es unseren Wünschen und Interessen entspricht. Nun, wenn wir uns etwas von unserem Leben wünschen, in der Hoffnung dadurch glücklich zu werden, das aber nicht eintritt, bedeutet das natürlich noch nicht, dass wir dadurch, dass das, was wir uns wünschen, nicht eintritt, dass wir dadurch schon unglücklich werden. Denn es könnte ja sein, dass der Wunsch ganz unaufgeklärt, ganz falsch gewesen ist und wir uns eben darin geirrt haben, dass uns die Erfüllung dieses Wunsches tatsächlich glücklich macht. Das haben wir in der zweiten Folge dieser Reihe hinlänglich bedacht. Die Art und die Struktur der Erklärung ist nun aber interessant. Denn die Struktur der Erklärung ist tatsächlich etwas, was viele Philosophen hervorgebracht haben, um Leiden, um Scheitern zu erklären. Im zehnten Buch der Gesetze, der Nomoi, bringt Platon einen Mythos, der erklären soll, warum Menschen fälschlicherweise der Auffassung sind, Gott könne zornig sein. Der philosophische Mythos, die philosophische Erzählung ist folgende. Gott hat Platon zufolge das gesamte Universum auf eine bestimmte Art und Weise geordnet, strukturiert. Und zwar so, dass jeder Mensch seinen ihm zukommenden Platz im Universum einnimmt. Der Mensch hat nun zwei Möglichkeiten. Entweder er akzeptiert diesen Platz, auf den Gott ihn ursprünglich gestellt hat. Und wenn er diesen Platz akzeptiert, wenn er dem Universum angemessen lebt, dann wird er glücklich. Wenn der Mensch nun diesen Platz nicht einnehmen möchte, wenn er diesen Platz nicht akzeptiert, den Gott ihm im gesamten Universum zugewiesen hat, dann rennt er gegen die Wirklichkeit an. Dann passieren ihm Dinge, weil er nicht wirklichkeitsangepasst lebt, die tatsächlich sein Leben scheitern lassen. Und dann ist er fälschlicherweise der Auffassung, Gott sei zornig, weil ihm eben Dinge passieren, die ihm schmerzen. Ich möchte diese philosophische Erzählung nicht vertiefen, möchte Ihnen nur deutlich machen, dass die Art und Struktur dieselbe ist. Es liegt an einem intellektuellen Fehler, den wir machen, wenn wir über unser Leben nachdenken, dass wir mit unserem Leben unzufrieden sind. Nun, diese Art der Erklärung, die deckt sicher einige Fälle von Scheitern und von Leiden in unserem Leben ab. Aber sie wird natürlich dann geradezu zynisch und außerordentlich problematisch, wenn einem Menschen Dinge in seinem Leben zustoßen, die jetzt tatsächlich das Ergebnis von Brutalität, von Katastrophen, von Ungerechtigkeit sind. Es gibt viele oder kann viele äußere Geschehnisse im Leben eines Menschen geben, die nicht damit zu tun haben, dass der Mensch falsch über sich nachdenkt und die den Menschen tatsächlich vor eine enorme Herausforderung stellen, das, was ihm im Leben zustößt, noch integrieren zu können in ein gelungenes Leben. Für die Stoiker, an die ich in diesem Zusammenhang noch einmal erinnern möchte, hat sich dieses Problem so nicht gestellt. Die Stoiker waren nämlich der Auffassung, dass es überhaupt nur eine Sache gibt, die allein hinreichende und notwendige Bedingung dafür ist, dass wir ein geglücktes, glückliches Leben leben, nämlich die Tugend. Und das heißt die innere Einstellung. Denn ob wir gerecht handeln, um nur eine dieser Tugenden hervorzuheben, ob wir gerecht handeln, liegt ausschließlich an uns. Und wenn die Frage, ob unser Leben gelingt, nicht mehr daran liegt, dass in unserem gelebten Leben Dinge passieren, sondern ausschließlich daran hängt, wie wir selber reagieren an unserer inneren Haltung, inneren Einstellung gegenüber den Dingen, die uns passieren im gelebten Leben, dann ist klar, dass wir natürlich ganz unabhängig sind von dem, was in unserem Leben passiert. Ob unser Leben gelingt, ob wir zufrieden mit unserem Leben sind, liegt dann tatsächlich ausschließlich an uns. Ich denke, natürlich ist an dieser These etwas provozierend, etwas Übertriebenes, aber es ist auch etwas dran. Denn die Frage, ob wir zufrieden sind mit unserem Leben, ist immer eine Frage unserer inneren Einstellung, dem gegenüber, was im gelebten Leben tatsächlich passiert. Ich möchte, um diesen Gedanken noch etwas auszuführen und klarer zu bekommen, den Begriff der Zufriedenheit noch einmal etwas genauer anschauen. Was ist denn das für eine innere Haltung, die wir brauchen, wenn wir zufrieden sind? Nun, ich denke, ich möchte zwei Momente daran unterscheiden. Der eine ist so etwas wie Dankbarkeit und Freude. Wenn wir, wenn auf der Ebene des gelebten Lebens Dinge passieren, die unseren Wünschen und Interessen entsprechen und die wohl aufgeklärt sind, wenn Beziehungen immer tiefer, immer persönlicher werden, wenn man den Kern des anderen Menschen meint, wenn wir Tätigkeiten machen können, die uns beglücken, die sinnvoll sind, die für andere wertvoll sind, dann ist die Zufriedenheit mit unserem eigenen Leben angefüllt von so etwas wie einer Dankbarkeit und wie einer Freude unserem Leben gegenüber. Andererseits, wenn Dinge in unserem Leben passieren, die uns schmerzen, die uns wütend machen, die uns aggressiv machen, die eine tiefe Trauer in uns hervorrufen, eine Hoffnungslosigkeit, dann sind wir natürlich erst mal nicht mit unserem Leben zufrieden. Und wie, das ist jetzt die Frage, wie können wir von diesen Reaktionen, von Wut, von Hoffnungslosigkeit, Trauer, Hass, wie können wir von diesen Reaktionen zu einer Zufriedenheit kommen, die dann vielleicht nicht in Freude und Dankbarkeit gleich besteht, aber doch zumindest einer Zufriedenheit, einer Bejahung unseres Lebens gegenüber. Nun, ich glaube, das geht nur durch Versöhnung. Das geht nur, wenn wir die Dinge in unserem gelebten Leben, die in uns Trauer, Hass, Hoffnungslosigkeit, diese ganzen negativen Emotionen hervorrufen, wenn wir die versöhnen können. Und wenn aus dieser Versöhnung dann eine Zufriedenheit erwächst unserem gelebten Leben gegenüber. Das ist natürlich ein ganz dynamischer Prozess. Es beginnt damit, dass wir zufrieden sind mit dem, was auf der Ebene des gelebten Lebens stattfindet. Dann brechen Dinge in unser Leben ein, die dazu führen, dass wir unzufrieden sind mit unserem Leben. Wir sind nicht mehr froh und dankbar, wir sind nicht zufrieden, sondern wir sind hoffnungslos, wir sind wütend. Das bezieht sich auf diese Dinge, die in unserem Leben schlimm gelaufen sind oder schlimm laufen. Auf die Verletzungen, Verwundungen, auf das, was wir nicht ändern können in unserem Leben, was uns zustößt. Und jetzt müssen wir in einen inneren Prozess eintreten, der die Wut, die Trauer, die Hoffnungslosigkeit umwandelt in eine Zufriedenheit, die dann wieder eine Bejahung des gelebten Lebens bedeutet. Warum müssen wir diesen Versöhnungsprozess gehen? Nun, zwei Argumente scheinen mir da wichtig. Zum ersten Argument. Ich möchte Sie noch einmal an Überlegungen erinnern, die ich im zweiten Kapitel der Vorlesung entwickelt habe. Jedes Wünschen, Wollen, Streben und so weiter setzt ein Werturteil voraus, nämlich das Werturteil, dass das, was ich erstrebe, gut für mich ist. Gut bedeutet hier förderlich für das gelungene Leben. Wir wollen etwas in der Annahme, dass es uns für das gelungene Leben hilfreich ist. Aber wir wollen vor allem eines selber, das gelungene Leben. Das heißt, immer wenn wir schon etwas anstreben, wollen, wünschen, bedeutet das, dass wir im Grunde das gelungene Leben wollen. Wir haben ein ureigenes Interesse daran, unser eigenes Leben bejahen zu können. Und die Alternative zur Bejahung des Lebens bestünde nur darin, jedes Streben aufzugeben. Nichts mehr zu hoffen, nichts mehr zu wünschen, nichts mehr zu wollen. Sobald wir wollen, wollen wir etwas, weil es förderlich für unser gelungenes Leben ist und wollen das gelungene Leben selbst. Das heißt, wir Menschen sind so, dass wir unser Leben bejahen wollen. Dass wir eine Einstellung zu unserem Leben haben wollen, die das, was passiert, bejaht. Das heißt, wir haben ein Interesse an der Bejahung. Und die Bejahung unseres Lebens kann von Wut, Trauer, Hoffnungslosigkeit, Hass zur Zufriedenheit und zur Bejahung des Lebens nur über die Versöhnung führen. Das zweite Argument arbeitet mit dem Begriff der Freiheit. Dabei benutze ich das Wort Freiheit jetzt nicht so wie eigentlich in der Ethik als Handlungs- und als Entscheidungsfreiheit. Ich möchte auch nichts darüber sagen, ob wir Menschen frei sind oder frei sein können, angesichts der Möglichkeit, dass das gesamte Universum determiniert, bestimmt ist. Sondern mir kommt es auf folgendes Phänomen an. Es gibt manchmal Menschen oder Situationen in unserem Leben, in denen wir uns selbst unfrei fühlen, unwohl fühlen. Es gibt Situationen, die ausgelöst sind durch die Nähe, die wir zu anderen Menschen haben, in denen wir nicht so sein können, nicht das sagen können, uns nicht so geben können, wie wir uns eigentlich geben wollten und wie wir eigentlich gerne wären. Irgendwie üben diese Menschen Macht auf uns aus. Es geht ein Einfluss von Menschen und von Personen auf uns aus, der uns unfrei macht. Wir fragen uns dann nach solchen Begegnungen manchmal, wie konnte ich eigentlich so reagieren oder wie war es möglich, dass ich so etwas gesagt habe. Nicht immer, aber doch in sehr vielen Fällen hängen solche Situationen und hängen solche Menschen damit zusammen, dass sie uns entweder verletzt haben oder dass sie uns selber an Verletzungen erinnern, die wir früher als oft in unserer Primärfamilie mit den Kindern, mit den Eltern oder unseren Geschwistern erlebt haben. Das muss nicht immer bewusst sein. Wir müssen nicht immer genau wissen, wie die Verletzungen, die wir heute erleben, in den Situationen erleben, von denen ich erzählt habe, wie die sich verhalten zu den Verletzungen, die wir früher bekommen haben. Aber es gibt da klar einen Zusammenhang. Und weil wir nicht wieder verletzt werden wollen, machen wir zu. Wir schotten uns ab gegenüber diesen Menschen und gegenüber diesen Situationen. Wir bauen gleichsam einen Panzer um uns, der uns selber paralysiert, der uns daran hindert, frei und offen mit dieser Situation umzugehen und tatsächlich der zu sein, der wir selber sind. Wir wollen uns nicht verletzlich machen, weil verletzlich zu sein heißt, dass es uns wehtut, dass wir leiden müssen. Und leiden wollen wir nicht. Wir wehren uns dagegen, zu leiden. Der Psychologe Horst-Ebert Richter hat einmal ein sehr schönes Buch geschrieben, ein Aufsatzband mit dem Titel »Wer nicht leiden will, muss hassen«. Ich finde das einen sehr schönen Titel, weil er sagt, dass wir eigentlich als Menschen vor einer Alternative hier stehen. Entweder wir sind bereit zu leiden oder wir hassen. Wir hassen dann aber nicht nur den anderen, sondern wir hassen natürlich auch uns und unser eigenes Leben. Das heißt, wir können unser Leben, insofern wir hassen, nicht bejahen. Wir können keine Zufriedenheit mit unserem Leben entwickeln. Wenn wir nicht leiden wollen, dann können wir auch nicht lieben. Dann können wir uns nicht auf tiefe menschliche Beziehungen einlassen. Es gibt ja so dieses schöne Sprichwort in Deutschen, wenn man sagen möchte, dass man jemanden sehr gern hat, dass man so sagen kann, ich mag dich leiden. Das heißt, dass wenn man sich tief auf einen anderen Menschen einlassen will, so etwas dazugehört wie eine Bereitschaft zu leiden. Eine Bereitschaft, auch unter dem anderen Menschen zu leiden und das in Kauf zu nehmen. Diesen Prozess, diesen aktiven Prozess der Annahme des eigenen Leidens, der führt zur Versöhnung des Lebens und dieser führt zur Zufriedenheit. Freilich sind wir hier jetzt an der Grenze dessen angekommen, was die Philosophie zu leisten vermag. Wie so ein Prozess der Versöhnung und der Annahme der Dunkelheiten in unserem Leben, wie der konkret ausschauen kann, dazu hat die Philosophie dann nicht mehr so viel zu sagen. Das führt dann in Bereiche herein, die eher in den Bereich der Therapie gehören oder in den Bereich der Spiritualität, der Meditation oder in den Bereich von Religion. Aber dass wir Menschen Wesen sind, die um ihr Leben zu bejahen, um zufrieden mit ihrem gelebten Leben zu sein, Wege finden müssen, das, was an Dunklem, an Unzufriedenem, an Leiden, an Wut, Hoffnungslosigkeit ihnen zustößt, umzuwandeln, zu versöhnen, damit sie ihr Leben bejahen und eine Zufriedenheit erreichen können, das scheint mir von der Philosophie schon her ein sehr wichtiger Hinweis zu sein, der unsere Theorie vom gelungenen Leben wesentlich ergänzt und erweitert. Ich komme damit zu meinem letzten Punkt in meinen Überlegungen über das Wesen des Menschen zum Thema Tod.